Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Ah, schade Okay, wir brauchen auf jeden Fall Irgendwo, zack Oh ja Andere Seite Da ist sie jetzt So ja Okay Ups, ups, ups Das war nicht gut Das war nicht gut Wo ist sie denn? Ja, kommen die Retouren kaputt Sauber, sauber, sauber Na, komm, komm Oh ja Oh, nein Die andere Seite, die andere Seite Aber unser MG tut auch einiges Jetzt, oder? Komm, schmierst du ab Schmier ab Ah, sehr schön Das hätten wir doch hier gewuppt Okay, wo ist unser Geschütz? Das Geschütz ist hier So, dann wollen wir mal los Denn wir haben Viewpoint Museum müssen wir Um Eva Garcia zu retten Da soll eigentlich dann Unsere Geisel sein Und da müssen wir sie befreien Und aus den Händen Aus den Händen Der bösen Buben So, was haben wir da? Man sieht nichts Man sieht nichts Man sieht nichts Oh ja, da ist ja Etwas Größeres Oh oh Ja, an mir soll's nicht liegen An mir soll's nicht liegen Okay Okay Dann gehen wir mal ein bisschen Nach vorne So Eva Und da müssen wir glaube ich hin Oh ja, da sind sie auch wieder unterwegs Und halten uns auf So Okay Okay Okay, okay, okay Ich glaube da müssen wir rein Da geht's rein Viewpoint Museum Okay Und wo sind die Bösen? Wo sind die? Ja Ja Ja, scheint das Wetter ist nicht gerade besonders gut geeignet Für unsere Feuerunterstützung Da fehlt's ein bisschen an Sicht Oh, da kommen welche raus Das ist nicht gut Oh, da ist noch einer Ach, mag ich nicht Mag ich nicht Mag ich nicht Oh Da schleicht sie sich doch von hinten ran Und da schleicht sich noch einer ran Oh Freunde, Freunde, Freunde Was macht ihr denn da? Ja Ah, ihr wollt's aber wissen, ne Ihr seid aber hartnäckig 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 So, da nehmen wir mit Da nehmen wir mit Was geht So Das wird eingepackt Also ich gehe nicht davon aus Dass es da irgendwo rein geht Sondern es ist natürlich so wie gehabt Wir laufen da hinten rum Okay Entrance, ne So wie es sein sollte Ups Ups So, okay Die anderen sind da jetzt Ein bisschen wohl aufgewacht Ah, nee Haha Okay Das sind die Momente Wo eine Seeker-Mind Wirklich Empfehlenswert wäre Aber ich finde hier mein Dauerfeuer-MG auch hervorragend So, es glüht auch schon der Lauf Okay Okay, da kommen noch einige Da kommt noch einige So, wir gehen mal auf diese Seite Und immer schön auf den Rucksack Ich hoffe, du hast nichts Exklusives da drin So So, wie sieht es denn jetzt aus Kommen wir jetzt weiter Ne, da springt immer noch einer rum Da springt immer noch einer rum So So, aber die sind wir Wir sind immer noch nicht durch Da sind immer noch welche Okay Ups, ups, ups Das macht mir irgendwie Sorge Ha Ja, ich glaube, das ist über mir Ah, nee, da sind sie Okay Können wir jetzt davor Können wir an die Wand So, da müssen wir ein bisschen aufpassen Die Jungs kommen jetzt wieder von beiden Seiten Ah, der ist wieder geschützt Vielleicht mit einer Grenate Sehr schön Das geht doch Ah, lungert da drüben noch einer rum Nein Huch, huch Ja, komm raus hier Oh, das sind Uh Ja, da rutscht ihr ein bisschen durch die Gegend Ach, die kommen unter mir, oder? Das will ich aber schwer hoffen, dass die unter mir kommen und nicht plötzlich hinter mir stehen Ach, du Schande Klettert der da einfach hoch Sehr gut Das flutscht ja Gut Ein bisschen Munition kann nicht schaden So, haben wir da noch was Ne, da unten haben wir Material Ja, wir müssten unsere Raketen wieder benutzen Für die Eröffnung Weil wir können da leider nichts aufnehmen Aber ich denke, da werden wir jetzt gleich dazu kommen Aber wir müssen natürlich immer ein bisschen aufpassen Hier in den Räumen Weil sonst fliegt uns die Granate wieder um die Ohren So, ich glaube, wir müssen da hoch So, Munition Und dann geht's da hoch Äh, nee, da geht's rein Hm Jo, da sind sie Okay Okay, okay, okay Okay So, ich glaube, wir müssen da hoch So, ich glaube, wir müssen da hoch So, ich glaube, wir müssen da hoch Was meint sie mit Nein? Was meint sie mit Nein? Oh ja, ein Scharfschütze Ein Schützescharf Dann gehen wir mal hier ein bisschen nach vorne Ja, ist nicht ganz so clever Ach, da ist ein Geschütz Da wollen die immer hin Okay, okay Okay Show? Hätte ich jetzt auch fragen sollen So, da gibt's noch was Blaues Was Blaues Blau, blau, blüht Die Show Was denn für eine Show Ist das so eine Influencerin Oder So ein TikTok-Star Oder irgend sowas Ei Ach, schade Achtet auf diese Drohne da oben Ach, schade So, da müssen wir rüber Dann haben wir ein bisschen besseren Winkel Auf den Kollegen hier So, 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 so Was ist da oben? Da oben, da oben Ist da oben die Show? Okay It's no business like show business Oder was ist da die Sache? Da oben hat's auf jeden Fall Kameras Daran kann ich mich erinnern Ei Da geht's wieder ab Wenn da jetzt wieder einer rausgespurtet kommt Dann hab ich ihn verloren Ups, ups Ach, da unten? Ach Ach, wusste ich's doch Wusste ich's doch Ah ja Da kommt auch nochmal einer So, dann gehen wir mal nach da Und der Hope Dass da nicht irgendwo nochmal einer um die Ecke kommt Ah, wusste ich's doch Dass sie jetzt hier rauskommen So, jetzt kommen sie nämlich hier aus der Türe So, wusste ich's doch Ich hab's gern Aber ich glaube Wir haben unser Geschütz relativ gut positioniert Strategisch Ach du Schande Ach du Schande Ja genau Soll die Drohne sich drum kümmern So, dann gehen wir hier durch Dann gehen wir da durch So, jetzt kann's ja nicht mal allzu lange gehen Denk ich mal Nach dem was wir hier so an Action hatten Oh, ein bisschen gestreut im Ziel Da haben wir ihn doch dann erwischt Kommt doch irgendwas raus? Nein Ich denke wir kommen jetzt ins Studio Und dann werden wir da nochmal richtig aufräumen müssen Habe ich so den Eindruck Ja, da wird's jetzt gleich ins Studio gehen Aber das werden wir dann in der nächsten Folge sehen Broken Wings Wir spielen The Division hier auf der Playstation Und die Fahndung Broken Wings Wobei wir hier versuchen Die Kollegen hier in Sicherheit zu bringen Die als Geiseln genommen wurden Die entführt wurden So, genau da müssen wir nämlich hin Und da denke ich Das wird nochmal wieder ein längerer Kampf Also, nochmal umdrehen Das wird noch ein längerer Kampf Also sage ich Tschüss, ciao, cheerio Bis zum nächsten Mal hier wieder bei mir auf dem Kanal Würde mich freuen Wenn euch das Ganze gefallen hat Natürlich ein Däumchen da lassen Oder sogar ein Abo Das wäre herz aller Liebst Bis dahin sage ich Danke, danke, danke Fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal